ARD Text im Auftrag von Funk Ach, guck mal Luna, da kommt der Papa. Verdammt noch mal, das ist nicht mein Kind, das weißt du ganz genau. Na klar ist Luna deine Tochter. Das musst du doch merken. Wozu hab ich umsonst den scheiß Vaterschaftsfest gemacht? Luna ist dein Kind. Oh Mann, du bist echt ein arme Schwein, dass er diese Kröte da anhängen möchte. Wahnsinn, Leute. Das, obwohl sie mit jedem von uns in der Kiste waren. Such deinen anderen drum. Außer da hast du doch genug, Mann. Komm, Jungs, das geht. Wahnsinn da. Hey, hey, bitte. Entschuldigung, du siehst zu spät. Mach dir nichts, ich bin ja froh, dass du da bist. Ich weiß gar nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Ist alles in Ordnung? Ach, die blöden Idioten da, die sind einfach ... Danke, dass du auf Luna aufpasst. Ich glaube, ich muss jetzt auch schon in die Verhandlung. Ja, würde ich sagen, bis später. Bis später. Tschüss. Ciao. Ronja Tietze, geboren 17. Januar 1987 in Dortmund, wohnhaft in Schwelm. Ledig Auszubildende zur Schornsteinfeger in der Zeit in Mutterschutz. Ja, ist richtig. Am Nachmittag des 22. Mai 2010 verschaffte sich die Angeklagte auf bis heute unbekannte eine Art und Weise Zutritt zu der Wohnung ihres Ex-Freundes Marlon Stumpf in Schwelm. Als die Angeklagte dort im Badezimmer, dessen Haarbürste er an sich nehmen wollte, kam Marlon Stumpf gegen 15.15 Uhr überraschend nach Hause. Um unerkannt zu bleiben, griff die Angeklagte nach einem Föhn und schlug ihm diesen mit voller Wucht auf den Hinterkopf und flüchtete ohne die Haarbürste. Marlon Stumpf ging daraufhin zu Boden und stürzte mit dem Kopf gegen einen Badezimmerschrank. Er erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und an der rechten Schläfe sowie eine Gehirnerschütterung. Die Angeklagte wollte mit den Haaren ihres Ex-Freundes eine DNA-Test durchführen, um zu beweisen, dass dieser der Vater ihrer sechs Monate alten Tochter Luna ist. Die Angeklagte wird deswegen des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls sowie der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt. Strafbar gemäß dem § 223 Absatz 1. Die Partizis ist alles in Ordnung. Sie wirken ein bisschen unruhig. Ja, nein. Es geht schon. Gut, dann können wir ja beginnen. Wollen Sie sich zum Anklagevorwurf äußern? Ja, was soll ich denn noch sagen? Ich meine, ich habe doch nichts gemacht, nur weil Marlon der Vater von Luna ist. Herr Richter, bitte, ich kann das so nicht, wenn die da hinten sitzen. Dann kann ich nicht aussagen, bitte, die Typen, die müssen den Raum verlassen. Entschuldigung, das ist eine öffentliche Verhandlung. Ich kann niemandem ohne dürftigen Grund verbieten, hier zuzuhören. Also, was haben Sie denn gegen die Herren dahin? Ja, also, ich kenne die und kann ich einfach nicht ertragen. Sie wissen überhaupt nicht, wie fies die sind. Also, wenn die Herren gerade zugehört, habe ich gesagt, ohne dürftigen Grund kann ich es niemandem verbieten. Wenn Sie uns aber einen Grund liefern, in dem Sie hier gackern, dann kann es bald anders aussehen. Also, Partizis, jetzt versuchen wir es doch mal. Wollen Sie sich jetzt äußern oder nicht? Ja, aber ich habe Marlon nichts getan. Ich bin auch überhaupt nicht bei ihm eingebrochen. Na klar sind Sie das. Sie wollten schließlich ein neues DNA-Material besorgen, um einen weiteren Vaterschaftstest durchführen zu lassen, nachdem der Erste nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat. Das stimmt überhaupt nicht. Sie sollen ja seit Anfang Ihrer Schwangerschaft, vielleicht fangen wir mal bei diesem Anfang letzten Endes an, behaupten, dass der geschädigte Marlon stumpf der Vater Ihrer Tochter sei. Ja, verdammt nochmal, weil er das Nummer auch ist. Ich weiß doch, mit wem ich im Bett war und das war Marlon und sonst auch niemand. Hast du vielleicht unsere geile Nacht schon vergessen, Baby? Hey Süße, und was ist mit mir? Hast du mich auch schon vergessen oder was? Und mit uns? Auch schon vergessen? Also jetzt mal, nee, so geht das nicht da hinten, Jan. Ich glaube, Sie haben vorher gar nicht zugehört. Entweder Sie halten jetzt den Mund oder Sie fliegen raus. Aber die Schlampe lügt doch. Die war mit uns allen im Bett. Das ist eine richtige Dorfmatratze. Lachen Sie ja kein Wort, Tomasche. Ach so. Es reicht. Es reicht jetzt schon, ja? Wir bilden uns hier ein eigenes Urteil. Es geht besser ohne Sie, wenn Sie nicht dermaßen unqualifiziert und abwertend hier sich verhalten. Da geht folgender Beschluss. Die drei Herrschaften da hinten werden aus dem Sitzungssaal entfernt. Herr Seelhoff, Sie nehmen bitte von allen drei die Personalien auf, aber da außen bitte. Raus, augenblicklich. Da können Sie schon mal rausholen in diese Richtung. Auf geht's. Wahnsinn. Und schön ruhig bleiben. Dankeschön. Bitteschön. Also jetzt zu Ihnen, ja? Also Sie können die drei noch nicht anzeigen wegen Beleidigung. Das ist klar, oder? Ja. Ein Vaterschaftstest vom 2. Mai 2010, der soll ja ergeben haben, dass der Marlon stumpf zweifelsfrei nicht der Vater von Luna ist. Ja, ich kenne den Test und ich kenne auch das scheiß Ergebnis, aber da muss irgendwas faul sein. Ich meine, Marlon hat den Test gefälscht. Mensch, das liegt doch auf der Hand. Der will sich vor dem Unterhalt rücken und um Luna kümmern will er sich auch nicht. Also warum Sie ausgerechnet von Marlon stumpf Unterhalt haben wollen und nicht vom wirklichen Vater, also das verstehe ich beim besten Willen nicht. Aber Sie haben sich in dieser Idee verrannt und deswegen sind Sie in die Wohnung eingedrungen, haben ihn niedergeschlagen, um DNA-Material zu bekommen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Stimmt nicht. Also eines kann ich Ihnen übrigens sagen, ein weiterer Test hätte nicht die geringste juristische Rechtskraft gehabt. Das ist mir egal, Marlon. Weil er nämlich heimlich gemacht worden wäre. Marlon ist trotzdem Luna's Vater. Das haben Sie nicht gewusst, aber eines steht fest, dass der Test, den der Herr Marlon gemacht hat, dass dieser Test richtig durchgeführt wurde und korrekt und dass dessen Ergebnis auch richtig ist. Ist mir egal. Ich weiß, wer der Vater ist und das werde ich auch noch beweisen. Können Sie mir bitte erklären, warum Sie partout daran festhalten, dass ausgerechnet er der Vater sein muss? Ja, das kann ich Ihnen erklären, weil ich nur mit Marlon im Bett bin und sonst mit keinem. Sagen Sie mir, Herr Staatsanwalt, kommt Ihnen das nicht komisch vor, dass sich Herr Stumpf so sehr dagegen wehrt, einen zweiten Test durchführen zu lassen? Das ist doch merkwürdig, oder nicht? Herr Verteidiger, das kommt mir überhaupt nicht komisch vor. Denn dieser eine Test, der ist auch nur einmal durchzuführen, weil dieser Test technisch so ausgefeilt ist, dass er hundertprozentig feststellt, ob es der Vater ist oder nicht derjenige. Ja? Und genau deswegen, weil Ihre Mandantin das einfach nicht einsehen will, ist sie in die Wohnung eingebrochen. Ich bin nirgendwo eingebrochen, Mann. Wie oft denn noch? Waren wir doch mal konkreter. Wo sind Sie denn gewesen an diesem 22. Mai, so gegen 15.15 Uhr? Ja, wo soll ich gewesen sein? Ich war zu Hause. Ich hatte Besuch. Meine Mutter kam vorbei. Ich weiß es noch, das war von ungefähr drei bis um fünf Uhr. Und, Mann, wenn meine kleine Tochter Lula schon sprechen könnte, dann sage ich Ihnen, dann würde sie Ihnen das auch bestätigen. Ja, die Tochter ist jetzt ein halbes Jahr alt, oder? Ja, und sie ist auch wirklich so süß. Ich kann Ihnen mal ein Foto zeigen. Ja, ist wirklich ein süßes Kind. Soll uns aber nicht von der Sache ablenken. Jetzt gibt es nämlich eine Zeugin, die will wissen, dass an dem Nachmittag zu der Uhrzeit ihre Mutter nicht bei Ihnen gewesen sei. Was sollte denn das für eine Zeugin sein? Das kann ja nur Christine sein, aber die lügt doch eh. Also, ich glaube nicht, dass die Christine lügt. Ich glaube eher, dass ihre Mutter lügt. Und die wäre vielleicht nicht die erste Mutter, die hier auf dem Zeugenstuhl lügt, um ihre Tochter zu schützen. Wenn hier einer lügt, dann ist das Christine. Das passt doch auch zu der. Die läuft bei Marlon in die Wohnung und brät ihm einen mit dem Föhn über. Ey, die ist doch auch so drauf. Und Christine Amberger hat ein Motiv, ein glasklares Motiv sogar. Christine Amberger hat mit Marlon Stumpf zwei Kinder. Und die Beziehung zwischen den beiden, die ist nicht gerade großartig. Und woran liegt das? Ausnahmsweise geht es nicht darum, ob er Stumpf hier Vater eines Kindes ist, sondern es geht ganz einfach um ein Referat. Das Frau Amberger auf dem Laptop von Herrn Stumpf geschrieben hat. Und Herr Stumpf wollte ihr dieses Laptop nicht geben. Aber dieses Referat ist elementar wichtig für Frau Amberger gewesen, weil sie es dringend für die Abendschule brauchte. Genau. Und das ist auch der Grund, warum Christine bei Marlon eingebrochen ist. Und niemand sonst. Sie wollte das Laptop klauen. Gut, da können wir später mit der Zeugin selbst noch drüber sprechen. Gibt's denn im Moment Fragen an die Angeklagte? Dann nehmen Sie beim Verteidiger bitte Platz. Marlon Stumpf, bitte. Herr Stumpf, guten Tag, nehmen Sie bitte Platz. Sie müssen als Zeuge vor Gericht die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. Ja, klar. Sie heißen Marlon Stumpf, 25 Jahre alt. Sie wohnen in Schwellen. Sie sind ledig, Dachdecker, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Auch nicht verlobt. Nein. Sie wissen, es geht um den Nachmittag des 22. Mai 2010. Sie sollen von der Angeklagten in ihrer eigenen Wohnung mit diesem Föhn hier niedergeschlagen worden sein. Ja. Erzählen Sie mal, was ist denn da genau passiert? Also, angefangen hat alles damit, wo wir was miteinander hatten. Nichts Ernstes. Eine Patebekanntschaft halt. Hätte ich aber gewusst, wie die drauf ist, hätte ich natürlich die Hände von ihr gelassen. Herr Stumpf, Sie reden mir ein bisschen zu abfällig über die Angeklagte dafür, dass wir uns hier in einem Gerichtsheil befinden, ja? Sorry, aber Sie müssen nämlich verstehen, dass ich stinksauer auf Sie bin. Sie kam auf einmal zu mir und sagte, sie wäre schwanger von mir. Obwohl das gar nicht sein kann. Warum kann das denn nicht sein? Ja, weil ich ein Kondom genutzt habe. Ich bin doch blöd. Ja, das scheiß Kondom hat dir aber nichts genutzt. Hat es wohl. Das Kondom ist geplatzt. Hey Baby, ich war selbst dabei. Ich hätte es doch merken sollen. Du hast es auch gemerkt, aber du lügst hier nur rum, weil du nicht der Vater von Luna sein willst. Weil ich es nicht bin. Natürlich bist du. Nein. Ja. Nein. Doch. Also, Sie hören es ja. Die Angeklagte scheint trotz eines negativen Vaterschaftstests überzeugt davon zu sein, dass Sie der Vater Ihrer Tochter Luna sind. Wie kommt das? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich nicht der Vater bin. Und außerdem hatte sie noch drei andere Typen. Du weißt genau, dass das gelogen ist. Gehe ich recht in der Annahme, Frau Titze, dass das die drei Jungs sind, die ich gerade eben rausgeschickt habe. Ja, aber die erzählen doch nur irgendeinen Scheiß und meinen, sie wären toll, wenn sie sowas behaupten. Ich habe mit keinem von denen was gehabt. Echt nicht. Echt nicht? Und Sie, Herr Stumpf, Sie beantworten jetzt bitte nur meine Fragen. Und zwar in angemessenem Ton, klar? Ja, sorry. Aber Sie raubt mir den letzten Nerv. Ich habe einen Vaterschaftstest gemacht mit allem drum und dran. Hochoffiziell. Mit Personalausweis. Hier. Wollen Sie den Vaterschaftstest sehen? Hier steht das. Schwarz auf Weiß. Da. Da steht, eine Vaterschaft ist ausgeschlossen. Ja, das ist falsch. Du hast da irgendwas gedreht. Ey, was soll ich denn da gedreht haben, wenn man mit mir ein Wattesträbchen da im Mund herumpopelt? Ja, hast du aber. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber ich werde es nur rausbekommen. Genau. Jetzt enden wir mal diese Diskussion auch, ja. Wir reden ja über den 22. Mai und was da passiert ist, ja. Das erzählen Sie jetzt bitte mal. Also, ein Freund von mir, Till, der hat mich um drei Uhr abgeholt zum Sport. Weil wir machen das jeden Samstag. Nur diesmal habe ich was vergessen. Meine Turnschuhe. Das sind mir nochmal in die Wohnung gegangen. Sie sind nochmal in die Wohnung gegangen. Ist Ihnen da an der Wohnungstür irgendwas aufgefallen? Nö, gar nicht. Ich sperre auch nie meine Wohnung ab. Ich lasse sie einfach nur im Schloss klinken. Das heißt, ich habe sie auch noch aufgemacht. Wir sollten aber besser absperren, oder? Das ist ja regelrecht eine Einladung für Einbrecher. Ach, bei uns im Kuhdorf, da muss man das nicht. Dachte ich. Ja. Also, auch die Spurensicherung konnte zwar nicht genau feststellen, wie die Wohnungstür geöffnet wurde. Allerdings gehen wir auch davon aus, dass sie mit einer Checkkarte geöffnet wurde. Das kann sein, weil meine Tür geht ziemlich schnell auf. Und das wusste sie. Was ist dann in der Wohnung passiert? Ich bin ins Badezimmer gegangen, um meine Schuhe zu holen. Auf einmal trifft mich das voll am Kopf. Ey, Mann, ich bin voll weggesackt. Mit dem Kopf überall gegen den Badezimmerschrank. Ich war benommen. Ich glaube sogar, dass ich weg war. Denn er ist wieder zu mir gekommen, als mein Freund Till zu mir kam. Das hier ist der Föhn, der als Tatwaffe benutzt worden ist. Fingerabdrücke konnte leider nicht sichergestellt werden, aber ihr Blut. Und durch den Schlagen mit dem Föhn, das ergibt sich aus dem ärztlichen Gutachten, haben Sie eine Platzwunde seitlich am Hinterkopf und durch einen Sturz auf dem Badezimmerschrank eine Platzwunde an der rechten Schläfe erlitten, zu dem die Gehirnerschütter haben. Ja, ich habe auch tagelange Kopfschmerzen gehabt. Sagen Sie mir bitte, ob Sie den Täter gesehen haben. Ne, ich weiß doch, dass es Ronja war. Das heißt, Sie haben niemanden gesehen? Nein, aber ich weiß auch, dass sie es war, weil sie hat schon mal versucht, meine Haarbürste zu klauen. Wegen dem Wahnsinn und dem DNA, weil der Test ja falsch sein könnte. Schauen Sie mal, diese Haarbürste hier, das sieht man auch an den Tatortfotos, die ist ja am Boden bei Ihnen im Bad gefunden worden. Kann es sein, dass diese Bürste vorher schon am Boden lag? Nein, nein, niemals. Kann nicht sein. Vielleicht schildern Sie uns mal bei welcher Gelegenheit die Angeklagte ihre Haarbürste schon mal entwenden wollte, wie Sie gerade sagten. Ach, das war Freitag, zwei Wochen vorher. Da kamen sie zu mir, weil sie zum hundertsten Mal über diesen blöden Test reden wollte. Hier, Baby, es ist 2. Mai, es ist amtlich, ich bin nicht der Vater. Geh das endlich in deinen Schädel rein, jeder akzeptiert das, nur du nicht. Zum hundertsten Mal, der scheiß Test ist gefakt. Ja, erzählen Sie mal, also zwei Wochen vorher, da war sie schon mal bei Ihnen. Ja, genau. Ich hatte keinen Bock auf dieses Gespräch, also habe ich sie gleich versucht an der Tür abzuwimmeln. Komischerweise hat sie sich schnell überreden lassen, nur sie sagte zu mir, dass sie auf Klo musste. Und ich war so dumm und habe die reingelassen. Und dann, was ist dann passiert? Dann kam sie raus mit der Haarbürste in der Hand, hat einen auf intelligent gemacht, hat mit der Haarbürste gewählt, du, ich habe jetzt genug Beweise für den zweiten DNA-Test. Aber hey, lass mich doch nicht verarschen, ich habe ihr natürlich die Haarbürste gleich abgenommen. Hey Stumpf, jetzt sagen Sie mir doch bitte mal, was so schlimm an einem zweiten Vaterschaftstest wäre. Sie sind sich doch sicher nicht der Vater zu sein, oder? Hey, nur weil die am Rad dreht, muss ich so Müll nicht mitmachen. Ja, du bist richtig panisch gewesen, Mann, und voll grob. Ja, du hast uns einen Megaschiss vor dem zweiten Test. Hey, erstens, hast du mit meiner Scheißbeustel nichts zu tun. Zweitens, was laberst du eigentlich hier für Müll? Mann, und zweitens, ich bin gar nicht grob geworden, laber nicht sowas. Hey, die alten haben versucht mir die Haare rauszureißen. Das Frau Tizzi hat versucht, ihnen Haare rauszureißen. Ja, wo ich ihr die Bürste abgenommen habe, wollte sie voll hysterisch und habe versucht mir die Haare rauszureißen. Die ist doch krank. Davon haben sie aber bisher nichts gesagt. Sie haben auch keine Anzeige erstattet. Nee, warum auch? Hat sie ja nicht geschafft. Warum soll ich deswegen Werbelwind rummachen? An diesem Tag musste die Angeklagte unverrichteter Dinge abziehen. Aber dann ist sie am 22. Mai wiedergekommen. Genau, weil sie wusste ja, dass ich Samstag gegen 15 Uhr immer zum Fitnessstudio gehe. Einmal habe ich sie mitgenommen und dann hat sie sie gesehen, dass ich die Tür nie absperre. Da hat sie sich wahrscheinlich gemerkt. Ja, aber sie ist ja nicht die Einzige, die weiß, dass sie ihre Tür nicht absperren. Was ist mit ihrer Ex-Freundin, Frau Hanberger? Die wusste das doch auch. Kann schon sein. Kann schon sein. Und das Verhältnis zu ihrer Ex, Frau Hanberger, ist auch nicht so toll. Sie ist die Mutter ihrer Zwillinge, aber da gibt es wohl auch erheblichen Streit. Da läuft es nicht rund. Aber wir haben es echt versucht mit den Zwillingen. Wo wohnen oder wo leben jetzt ihre Kinder? Bei Chrissy. Und Chrissy wohnt bei ihren Eltern. Wissen Sie, ich habe kein Händchen für Frauen, komischerweise. Ich such mir mal die dümmsten raus. Bleiben wir doch kurz einen kleinen Moment bei ihrer Ex-Freundin. Mit ihr sollen sie doch im Mai einen heftigen Streit gehabt haben. Ach, das ist Schnee von gestern. Das ist nicht Schnee von gestern, sonst hätten wir nicht danach gefragt. Jetzt bitte. Eine Freundin von Chrissy hat mir was gesteckt, dass sie mit Absicht schwanger werden wollte. Und da habe ich noch schon mit ihr Schluss gemacht und hat sie noch alles versucht, mich ins Bett zu kriegen. Und ich habe nicht einmal gewusst, dass sie die Pille abgesetzt hat. Als der Schwindel aufflog, waren sie sauer und haben ihrer Wut ein bisschen Luft gemacht, oder? Ja, sie hat es auch nicht anders verdient. Wie haben sie denn ihre Wutluft gemacht? Ich habe einfach nicht mal meinen Laptop gegeben. Ja, das klingt ja total harmlos. Ist es aber nicht, Herr Stumpf. Sie wussten doch ganz genau, dass die Arbeit, das Referat auf diesem Laptop drauf war. Und das war wichtig für Frau Amberger. Ja und? Ich war stinksauer. Mann, ich bezahle seit ein Jahr für zwei Kinder, die ich nicht haben wollte, für eine Frau, die mich verarscht hat. Mhm, gut. Jetzt sind wir doch schon nah am Thema dran. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Frau Amberger damit eigentlich auch ein Motiv gehabt hätte, in ihre Wohnung einzubrechen, weil sie nämlich an das Laptop mit dem Referat rankommen wollte? Chrissy? Ja? Ich will ja nicht schlecht über die Mutter meiner Kinder reden. Aber die ist viel zu dumm, eine Tür mit einer Checkkarte zu öffnen. So schwer ist das ja nun auch wieder nicht. Chrissy hat zwei linke Hände. Und außerdem hat Till mein Freund Ronja gesehen, wie sie über den Garten abgehauen ist. Ja, ich schlage vor, wir sprechen jetzt mal mit Ihrer Ex-Freundin Christine Amberger. Hat noch jemand Fragen? Ich habe keine Fragen. Frau Stumpf, Sie bleiben unvoreidig. Nehmen bitte hinten Platz. Christine Amberger, bitte. Guten Tag, nehmen Sie noch bitte Ihren Platz. Ich muss Sie zunächst mal belehren. Als Säugin müssen Sie hier die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. 55 StPO. Rein vorsorglich belehe ich Sie mal. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Christine Amberger, 23 Jahre alt. Sie wohnen in Schwelm. Sie sind ledig. Sie sind Hausfrau. Sie haben auch, glaube ich, keine abgeschlossene Berufsausbildung. Machen momentan aber eine Abendschule. Verwandt verschwägen mit der Angeklagten sind Sie nicht. Es geht heute um den Nachmittag des 22. Mai 2010. Das ist der Nachmittag, an dem Marlon Stumpf in seiner Wohnung niedergeschlagen wurde. Ist doch voll peinlich, oder? Wie die sich aufhört, wo doch vollkommen klar ist, dass ich die Einzige bin, die Kinder von Marlon hat. Und wenn du vor einfach so kotzen müsstest, du bist nicht die Einzige, die von Marlon ein Kind hat. Hier, das ist meine Tochter und das sieht doch wohl jeder, dass Marlon der Vater ist. Wo sieht das denn bitte Marlon ähnlich? Schau dir lieber mal meine Zwillinge an, dann weißt du, was Ähnlichkeit ist. Alter, mit dir diskutiere ich doch gar nicht. Du lügst doch hier eh nur voll fett rum, blöde Kuh, ey. Ich weiß nämlich zufälligerweise ganz genau, dass dein ach so tolles Alibi voll gelogen ist. Ja. So, was Sie aber nicht wissen. Beide offensichtlich, wo sich hier befinden. Oder haben Sie es gerade vergessen? Doch, im Gericht. Wunderbar, wissen Sie es ja doch. Wieso verhalten Sie sich da nicht so, wie man sich vor Gericht verhält, oder? Ja, Entschuldigung. Also, wie ist das mit dem Alibi, hm? Wieso sollte das nicht stimmen, das Alibi von Fatice? Na, weil ich an dem Nachmittag zu ihr wollte. Gegen halb vier habe ich bei ihr geklingelt. Bloß hat keiner aufgemacht, weil Ronja eben einfach nicht zu Hause war. Sie wollten Ronja besuchen? Wollen Sie es jetzt erzählen? Sie seien ja beste Freundin, oder was? Das sah mir aber gerade nicht so aus. Sind wir natürlich nicht, aber, naja, ich kenne Ronja schon aus der Schule. Und, naja, ich habe mitbekommen, wie fertig sie war, weil Marlon sie halt dauernd abgewimmelt hat. Naja, und da hat sie mir ein bisschen leid getan. Ich meine, klar, er ist nicht der Vater von ihrem Kind, aber deswegen hätte er sie trotzdem nicht so mies behandeln sollen. Ich habe dir leid getan, ey. Das hast du doch wohl selber dir nicht geglaubt. Doch, und weißt du was? Ich wollte dir sogar vorschlagen, dass du eine DNA-Probe von meinen Zwillingen nimmst. Die hättest du nämlich mit der DNA von deinem Baby vergleichen lassen können. Und dann wäre da nämlich rausgekommen, ob die eben verwandt sind oder nicht. Hä? Bestimmt, also so hätte man zumindest feststellen können, ob die DNA der Kinder ähnlich ist. Ja. Daran hat die Angeklagte aber bestimmt nicht gedacht. Ja, nee, das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, man braucht dafür einen Vaterschaftstest. Tja, da siehst du mal, was ich alles weiß. Aber du warst ja nicht zu Hause, wo ich dir das vorschlagen wollte. Da bist du nämlich gerade bei Marlon eingebrochen. Ja, sicher. Ich war wohl zu Hause, Mann. Ich habe bloß keinen Bock gehabt, dir die Tür aufzumachen. Und weißt du auch warum? Weil ich durch den Türspion dich schon gesehen habe. Na, plumper geht es ja nicht mehr, oder mit den Ausreden? Ja, plump. Fragen Sie auch meine Mutter, die war auch dabei, wenn sie mir schon nicht glauben. Ach so, ihre Mutter. Weil die vielleicht nicht lügt oder was? Ihr habt euch doch 100 pro abgesprochen. Ja, aber doch nicht. Deine Mutti kann dir jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Ich kann nämlich beweisen, dass sie nicht bei dir gewesen ist. Sie kann es beweisen. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ja, ich auch. Na, weil ich sie auf der Straße gesehen habe. Also Ronja, ihre Mutter. Sie war genau gegenüber auf der anderen Straßenseite, kurz nachdem ich eben bei ihr geklingelt hatte. Wissen Sie, was ich glaube, Frau Amberger? Ich glaube, dass Sie lügen. Was? Ich? Ja. Soll ich Ihnen jetzt auch noch sagen, warum? Weil ich glaube, dass Sie die Täterin sind. Und Sie hatten auch einen Grund dazu, bei ihm einzusteigen und ihn auch niederzuschlagen. Hm? Ich? Ja, Sie. Soll ich Ihnen erzählen, warum? Na, dann erinnern Sie sich doch mal an Ihr Referat. Er hat Ihnen doch das Laptop vorenthalten. Sie hatten Zeitdruck. Sie mussten ein Referat abgeben, das konnten Sie nicht abgeben. Und deshalb sind Sie bei ihm eingestiegen. Hm? Na und? Wann hätten Sie das Referat denn halten sollen? Am 31. Mai. Naja, und weil Marlon es dann nicht rausgerückt hat, musste ich den Termin dann verschieben. Aber mittlerweile habe ich das Referat. Ja, er hat es mir noch gegeben. Ja gut, aber damals wussten Sie das eben noch nicht. Und Sie wussten ganz genau, dass Sie eine ganz gute Note brauchen, oder? Ja, stimmt. Na und? Ja. Deswegen bin ich trotzdem nicht bei Marlon eingebrochen. Wie hätte ich das überhaupt machen sollen ohne Schlüssel, hä? Ich hab doch gesagt, die ist viel zu dumm, um bei mir einzusteigen. Ey! Ja, ey, seid doch froh, so weswegen wir uns nicht verdächtigt. Schauen Sie, meine Mandantin hat ein Alibi. Und Sie haben ein Motiv. Und deshalb sind Sie auch die Täterin. Ey, verdammt nochmal, ich bin's nicht gewesen! Laut Spurensicherung wurden allerdings keinerlei Spuren der Zeugin an dem Laptop gefunden. Und der Täter, der muss im Badezimmer hinter der Tür gestanden haben, als er zugeschlagen hat. Sonst wäre nämlich der Herr Stumpf nicht von hinten getroffen worden. Mhm. Also es ist ja besonders üblich, dass man seine Laptops im Bad aufbewahrt, Herr Verteidiger. Ja? Also was sollte sie dann eigentlich im Bad suchen, wenn sie's gewesen sein sollte und an den Laptop wollte? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das erklären muss, Herr Staat. Nee, die Täterin wollte DNA-Material, sprich Haare, die sie verwenden wollte für den Test. Ja, ja, natürlich! Ja, und deswegen war sie im Bad. Und im Bad findet man Bürzen und keine Laptops. Ja, aber sie wär doch nicht die erste Täterin, die merkt, dass jemand eine Wohnung betritt, sich im Bad versteckt und dann von hinten den Täter niederschlägt. Und genau so kann's hier gewesen sein. Vielleicht war sie ja auch einfach so auf der Toilette. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall ist es möglich, dass sie nach Eintreten von einem Stumpf diesen aus der Toilette kommt niedergeschlagen hat. Darf ich jetzt auch mal was sagen, ja? Was denn? Dann sind Sie wieder rein, haben das Laptop genommen und sind raus. Lassen Sie sie doch mal. Lassen Sie sich doch mal erzählen. Ich war natürlich nicht im Bad. Ich war überhaupt noch nicht mal in Marlon seiner Wohnung, weil ich erstens nicht reingekommen wäre und zweitens hätte ich mit dem blöden Laptop eh nichts anfangen können. Also, normalerweise ist das ja überhaupt gar kein Problem. Aber Marlon hat doch extra das Passwort geändert, damit ich nicht mehr an mein Referat kann. Jetzt spielen Sie doch hier nicht die Dumme. Herr Stumpf, denken Sie doch mal nach. Damals, die plötzliche Schwangerschaft. Ja, da bist du doch auch total drauf reingefallen, weil sie einfach so eine mega gute Lügnerin ist. Hast du doch ihr voll abgekauft, die Mama. Ja, das stimmt schon. Da hat sie mich echt schon verarscht. Stimmt doch überhaupt nicht. Woher sollte ich denn wissen, wann ich schwanger geworden bin? Hey, du hast doch selbst zugegeben, dass du die Pille vergessen hast. Und dass du mich nochmal rumkriegen wolltest. Armer Junge. Ja, die gute Chrissy lügt, wo sie den Mund aufmacht. Halt mal bloß die Klappe, ja? Oder sag uns doch mal lieber, von wem dein Baby ist. Aber das weißt du wahrscheinlich selber nicht. Was muss man überhaupt für eine Schlampe sein, wenn man mit so vielen Typen pennt, dass man komplett den Überblick verliert. Ich glaube, Sie haben gerade auch den Überblick verloren, oder? Sie sind ja nicht im Wurzhaus, Sie sind im Gericht. Und ich habe keine Lust, Ihnen das jetzt nochmal sagen zu müssen. Ja, das ist doch alles total komisch mit der und ihrem Kind. Was ist denn daran komisch, Mann? Marlon ist der Vater, das steht für mich fest, ja? Und nur weil dieser scheiß Test gefälscht wurde. Ja, aber Frau Tietze, Sie müssen schon zugeben, dass es doch seltsam ist, dass Sie so dermaßen auf diesen Test beharren, oder darauf beharren, dass er der Vater ist. Und dieser Vaterschafts-Test, der ist doch absolut seriös durchgeführt worden, von einem renommierten Institut. Ja, aber Marlon ist trotzdem der Vater. Also, Frau Tietze, ich kann es auch nicht nachvollziehen, das muss ich Ihnen auch sagen. Wieso Sie unbedingt an dieser Vaterschaft festhalten. Und jetzt werde ich Ihnen mal was sagen. Da gibt es einen Grund. Und der hat vielleicht etwas damit zu tun, wie Sie zu dem Kind gekommen sind und von wem überhaupt Sie dieses Kind haben. Was wollen Sie mir denn jetzt damit sagen, Mann? Vielleicht sollten Sie sich mal ein bisschen an die Umstände erinnern, wie Sie hier zur Schwangerschaft gekommen sind. Hängt das vielleicht mit den drei Jungs zusammen? Wie stellen Sie mich denn hier überhaupt dar? Glauben Sie, ich habe hier rumgeholt, oder was? Sicher nicht! Nee, Frau Tietze, beruhigen Sie sich doch, wir versuchen uns doch nur vorzustellen, wieso Sie an dieser extrem unwahrscheinlichen Theorie eines falschen Vaterschafts-Test festhalten. Mann, weil ich mit keinem sonst im Bett war! Ja, aber die drei Männer behaupten was anderes! Ja, die drei Männer, glauben Sie denen mehr, oder was? Irgendwelche Idioten, die das toll finden, wenn sie so einen Scheiß behaupten, Mann! Also, Herr Staatsanwalt, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Die drei sind nicht ohne Grund hier rausgeflogen. Pubertierende Jünglinge, die sich mit irgendwelchen Frauenabenteuern brüsten. Warum sollte man denen mehr glauben als meiner Mandantin? Ich bin fest davon überzeugt, und ich glaube, das liegt mittlerweile ja auch klar auf der Hand, dass seit dem Vaterschaftstest irgendetwas nicht stimmt. Also, Herr Verteidiger, Sie schlagen da schon ein bisschen über die Strenge. Sie wissen doch selber ganz genau als Rechtsanwalt, dass diese Tests unter strenger Aufsicht und nach neuesten Methoden durchgeführt werden. Also, ich möchte nicht zu nahe treten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sie Ihrer Mandantin keinen Gefallen tun. Sie sollten lieber mit ihr über Ihr persönliches Problem reden und das lösen. Herr Staatsanwalt, diese Tests werden von Menschen gemacht und die machen nun mal Fehler. Ja, da ist was dran. Wo es Menschen gibt, gibt es Fehler. Aber gibt es noch Fragen? Danke. Keine, danke. Dann dürft ihr den Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Till Jablonski, bitte. Sprechen wir mit dem nächsten Zeugen.